Ich bin Heike Engelhardt, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter. Ich bin die Kandidatin der SPD für den Deutschen Bundestag. Mein Motto heißt, gleiche Chancen für alle. Das heißt, gleiche Chancen für Junge und Alte, gleiche Chancen für Frauen und Männer und gleiche Chancen für die Menschen, die schon lange hier leben und auch für die Menschen, die erst seit kurzem zu uns gekommen sind. Wichtige Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir eine kostenlose Bildung anbieten für alle, von der Kindertagesstätte, von der Kita bis zur Meisterprüfung oder bis zum Universitätsabschluss. Ich will, dass wir in Deutschland in einer mutigen, demokratischen, friedlichen Gesellschaft leben. Dafür bitte ich Sie am 24. September um Ihre Erststimme für Heike Engelhardt.